Seid gegrüßt, meine Lieben! Und wieder ist eine Woche vergangen, wie im Fluge. Doch ich hoffe, ihr hattet mit eurer Familie eine wunderbare, friedvolle, schöne Woche. Heute überbringe ich die Botschaft der Woche vom Erzengel Sadkiel. Erzengel Sadkiel sagt, strebe nach Harmonie. Nur der ist auf dem rechten Weg, der es schafft, mit seinen Lieben in Frieden zu leben. Wenn du mit dir im Reinen bist, wirst du auch mit anderen Menschen auskommen. Überlege, wann bist du das letzte Mal nach einem kleinen Missverständnis auf jemanden zugegangen? Das ist nicht schwer, stimmt's? Es kann ein Weg zur Glückseligkeit sein. Ich wünsche euch die Glückseligkeit für diese Woche. Bis zum nächsten Montag. In Liebe, eure Deria.